HOMAG City präsentiert die KFL 620. Hinter mir eine sehr große und eine sehr lange Maschine von HOMAG. Markus Kostenbar, der ist Produktmanager bei HOMAG. Was ist denn das für eine Maschine? Was ist denn die KFL 620? Ja, die KFL 620, das ist eine doppelseitige Format- und Kantenanleimmaschine. Diese Maschine hier ist für einen Zulieferer von Tischplatten. Und zwar werden hier Tischplatten aus Leichtbaumaterial hergestellt. Hier wird die Platte bekantet mit Support Edge und anschließend dann mit einer Dekorkante versehen. Sie haben ja gerade ein Stichwort geliefert, Support Edge, nochmal konkret nachgefragt. Was bedeutet das genau? Ja, wenn ich Leichtbauplatten verarbeite, das heißt in diesem Fall Wabenplatten bearbeite, dann muss ich ja hier die Seite, die Schmalfläche der Platte verschließen und das mache ich hier mit der sogenannten Support Edge. Das ist eine Stützkante, auf die ich dann im Anschluss eine Dekorkante aufbringe, damit auch das Design meiner Platte richtig schön wird. Auch wenn ich innen ein leichtes Material oder auch sehr viel Luft, um Gewicht zu sparen, dann eingebracht habe. Also bei HOMAG bedeutet das ein Durchgang, zwei Verleimteile, 50 Prozent Zeitersparnis, die KFL 620 von HOMAG.